wie es sehr gut erwartet werden erst der erste wird zum blut als von mir ja warte mehr oder über das mit Ostern ist ja auch das ist und derweil ist das denn im Auto drüben das ist es wäre so sein aus Kalidern belaufen zu so mit dem Haus das ist meine wahre Vater wie was machst du denn wusste nach oben ja ich wollte nur gucken ob Oskar da irgendwo rumläuft man Schilmer er müsste müssen erst hingehen Mach dieses Caff Leute fertig! Diese Stimme ist so cool Mach dieses Caff Leute fertig! Was halt da? Was halt da? Das ist die Waffe von Sapedon Die sieht scheiße aus, aber sie macht ganz gut Scheid So, ok, nehmen wir wieder das coole Revolver Ey blöd man! Hey auf, Faget! Warte, 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 bevor du es aktivierst Lass uns erst noch die Die Typen hier Abknallen, die uns voll auf die Eier gehen Jaa! Lefani Brandbot! Das brauche ich gar nix mehr zu machen, der ledigt alles allein Ja, Mann, das ist ja langweilig Dann kann ich hier rumstehen Ja, Mann Der Brandbot macht Party da unten Ah, 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 ah Guck mal Rob the Flats, partying around the Flats, partying around the Flats Christos Smiths! Was? Daniel! Es geschehe doch Zeit und Wunder, komm mal hierher! Hä? Ja Es ist eine weiße Waffe Ich hab sie Ist ja wunderbar Ein Zeichen des Herren Nürn Lohr wie der Bär auf der Stift Bär auf der Stift Das gab ein Mondstein Oh, fuck, das ist ja noch einer Heilige Scheiße! What? What? What, nigga? Yo, nigga! Ich bin tot, mein, belebt mich wieder Nein Sehr schön Bärer sterben Das ist vorrangig, du Faggot was ich hab alles in deinem Glück wie das macht man bei dem Professionals die Idee hat die Kaube bis dahin im Bild von der Freda und ich bin stolz drauf warte vielleicht in der Waffen drin vielleicht sind in den Munitionskisten ja Waffen drin ah können hier nicht auch was mit Oz Kids anfangen man da sind auch ganz viele Oz Kids da vorne in dem scheiß Haus wo die andere Tuss hier immer noch rumsteht ja soll ich soll ich den Schalter drücken oder was ich weiß nicht kannst du hacken boah das war ja einfach das war voll da einfach mal ok was 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 geht ach so wir müssen das was steht wir haben es fast geschafft komm zu mir ins Labor da siehst du ein Genie bei der Arbeit es könnte aber wieder ein bisschen Ärger mit den Nachbarn geben ach das macht doch nix haha äh ich will wissen was denn in dieser Tür ist verdammt das geht aber nicht ähm vielleicht werden wir wieder den Satellitenakt hier vielleicht lässt uns ja Cosmo da so gucken ich weiß nicht ich weiß nicht aber lass uns da oben die Waffenkiste gerade looten könnten weiße Waffen drin sein da oben ist doch eine Waffenkiste auf dem Dach dieses beschaulichen Hauses ah verdammte Scheiße man wow ist ja was weißes drin hm das sind Granaten aber die sind alle grün ah man jetzt wo man die weiße Scheiße braucht findet man sie nicht mehr m doch dann ist es die weiße Scheiße immer noch ja muss ich nicht da muss ich noch von zarter Schock Schokolade er muss nur nach Brooklyn gehen dann finde ich ganz viel weiße Scheiße äh ist Cosmos hier in Dings weiß ich nicht fahren wir in die Richtung wo das Ding ist ich glaube ja der ist da bei diesem Bahnsteig wo es in den einen wir müssen diese Fabrik geht ja wir sind da was ach da ach da ach da ja da ganz oben stimmt da war ja auch noch was dann müssen wir uns jetzt erst hier durch die Ferse durchballern die Tüte durch den Grabber ja das Beispiel der Parken natürlich ja das ist sehr schön einiger Kleppschöp kann halt guter Autofahren ist es es ist kein Grund dass das Auto zu schlagen aber so raus ist Auto geschlagen man ich dachte dass wir eine Frau ah du bist eine Frau was ist das denn so ein Witz oder oh mein Gott oh mein Gott was komm mal komm mal kurz zu komm mal kurz zu äh ich werde jetzt ein Granat Drop äh Granat Mod geben pass auf pass auf warte jetzt du wirst meine Frau beantworten waren die Entwickler vielleicht ein bisschen äh tavers äh du Scheiße äh wo ist er denn du hast ihn schon aufgesammelt nein ich hab nichts aufgesammelt da 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 liegt da hey das weiße Waffe cool da liegt da das sieht mich irgendwie aus wie es ist so ein Problem ist das sieht sich aus wie ein Penis zufällig so du meinst es von der Frau her das sieht ein bisschen aus wie wie ein Dildo ja 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 was wird das Spiel mir sagen willst du mich überhaupt meine Frau bin ich weiß nicht ich denke mal Grievous wird dir an dieser Stelle erstmal wieder einen Kommentar bringen zum Thema Athena und diesem Dildo um Machen angekommen dann bist du geblockt man dann steigt Patz aus dem Bett und drehen den Swag auf dann hast du sämtlicht zweckenturig immer so schneller geht's mit haribo oh yeah ja 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 und drauf okay zuvor geräumt ist nichts dazu gesagt ich habe euer gesagt aber jetzt ist das deine reaktion auf jeden wird der du hörst du gut so oh ja natürlich erwartet von mir jetzt irgendwie so voll vollste begeisterung oder so dass ja ich habe ein vor das Wort richtig geil also wenn du begeisterung von mir willst musst du schon einen kompletten freestyle part droppen nicht nur einfach eine gute line oder die line muss sehr gut sein hallo das ist das beste ist das war zwar höchstes mc track niveau du verblöte kontinuierlos arsch höchstes mc track niveau her für mc track war das wirklich hoch wo sind die zeiten in das die mc track gefeiert ist ja ich weiß es ist seitdem er sein Mikro hat fänden gelassen so dass vielleicht erst mal darauf beschließen es ist einfach nicht mehr dasselbe wie früher verstehst du mc track ist einfach mittlerweile gehört nicht mehr zu den coolen kids das aber schon aufsatzte ist aufsatzte erst wenn er jetzt wieder beim vbc 2015 mit macht dann dann feier ich ihn wieder ich hab mich noch gemacht mit ich hoffe auch er macht mit wenn er nicht mitmacht soll dass ich dich töten zu folgen er hat sich die städte nun gläubiger und wir haben ja das ein spender in den spüren der spannung aber lieben weil ihr überhören abwarten parken sterbt alle die europäische der bauten ja es ist okay seit sich so die masse so hier hat sich gerade für den boss das so ja gut und das war eine die ich habe gedacht so ein kleintag sei da noch 100 bekommen ja, ist gut ja so wir nach Orban ja, aber lass uns doch erstmal den Faggot hier hinten warum nicht verdinken verdinken ich kann ihn nicht einfrieren er will einfach nicht er will einfach nicht gefriest werden das ist tot ich hab verdinken, gerapet bis zum Gehtnichtmehr was seh'n los hier? los ja, alles ist irgendwie geil auf mich ich kann mir das nicht verkollieren na toll, jetzt hast du wieder einen Kommentar von Grievous provoziert hast du gut gemacht, Patzer das sind alles meine Kommentare nicht Dein und nicht Grievous jetzt wird Grievous wieder einen Kommentar zu Athena bringen weil die doch so geil ist I dare him again and I block him again auch wenn er geblockt ist, blockiert sie doch mal okay fucking oh, da oben ist ja unser Homie hey, Alter, was geht ab, man? oh, da hast du aber schöne Sachen zum Looten, man sind so schöne, die sind so gut, dass wir in Daniel verletzt werden, weil er keine weiße Waffe spielt und er kriegt dann einfach Waffe, dann bist du sie nicht weiß aber hier oh, er soll mir so viele weiße Waffen auftreiben aber ich werde jetzt mit Cosmo Wishbone reden ausgezeichnet jetzt ist die Excelsior fast bereit zum Start eine Aufgabe bleibt aber noch Shuburats flattern gefährlich nah an meiner Rakete rum wir dürfen keine Kollision riskieren hol sie vom Himmel oh, da ist ja fuck, man der Typ ist so gut ich mag den ähh 70 oh oh shit oh shit oh shit oh scheiße Platze, die Shiro Gorals sind gar nicht mal so schlecht Okay, was, was will Äh, aktiviert jetzt 2, 1, start Das ist ne fette Rakete Okay Ich glaub, wir hätten rausgehen, somit hätten wir mehr gesehen Aber wir können nicht raus Und lass die Musik erschauen Geht voll ab, Mann Ja 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 Ja, dubstep Boah Boah Daniel, repräsentest du auch? Ja, Mann Ich repräsentere den Scheiß, Mann Uh, 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 Daniel, Daniel, es wird Zeit dir die alten, die alten Tage auferleben zu lassen Denke ich mal Daniel Yeah Dubstep Äääääääääääääääääääääääääääääääähääääääääääääää Hannäisch with methane Woah Wer sagt b Miami Ich glaub, wir la��ieren. Ich hab die Rat olá Ohi, du gehst da halt Sch professors.-G воah, sprichst du t Da ja mann ja mann okay ja mann wird es ja mal zeit zum nächsten fährer zu machen ja dann erstmal ja ich mag die musik auch dann ja weil die leute wollen ja wahrscheinlich mehr sehen auch vor allem mit dem Raketen der Fabrik und uns alle umbringen ein Minus er hat mir die Musik jetzt überall hier nein die ist noch die Koppel von da draußen ist so laut ist das wäre zu cool gewesen wenn die jetzt immer hier in dem Gebiet gehört hätte weil wenn dieses Gebiet kommt Stop Step aber nein, leider nicht, kein Dubstil Waffen, Waffen, Waffen ich hab den ja auch bekommen, wieviel Schaden macht denn da, ne? Mann, Raketenwaffen, warte, 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 warte macht 754 Mann, er macht 801, aber vielleicht hat er andere Werte die schlechte sind ich geb ihn ja einfach mal rüber zum Vergleichen ich nehm da einen ok erstmal, erstmal verkaufen, verkaufen, verkaufen und die weißen, dass wir natürlich da warte, 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 ich hab ja einen Skin gegen den Mond, Visumi ok 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 Adlars Canyon, Verehrer Nummer 2 ja, Mann ja, Mann aber kein Dubstil das war so schön so, wo sind wir denn hier ah ja, der Atlas Canyon, das war doch dieses Gebiet, äh, mit dem Gebiet warte mal, was war das nochmal für ein das ist das, wo, wo wir bei Pickles waren ah, Pickles, ok, gut ah ja, ich sehe es gerade, ja, gut ist der zweite Verehrer weit weg? nein, der müsste gleich da vorne sein ah ist der Marker mit, oh ja, gleich da vorne ist er 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 einfach da rein und dann sehen wir bestimmt das ist er da, 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 der Schild ah, geil äh, ne, warte, wir sind noch außerhalb von dem Kreis ich glaube, wir müssen rechts wir sind schon im Kreis es ist etwa diese Metallwand ich wusste es ah, die die ist aber auch noch ganz am Rand von dem Kreis, manche äh, da ist der Schild hier muss er irgendwo sein hier ja, irgendwo hier, da warte, warte auf mich ne, Moment, es ist ein Skar da ist ein Drongo Bones mächtig aussehen klebengeschenke hoffentlich nicht voll erfüllt äh, 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 wo ist er? da, da ist er wo ist er? wo ist er? da ist er der da oben? hä, ne ne hä? du guckst in die falsche Richtung der irrepäder ist, ist das doch nicht, oder? nein da, der ist das ah, haha, Drongo Bones ich gucke ihn jetzt einfach an, du erlögst die Typen, okay? E.O. Jungle Bones, das ist Klammer. Mein Name ist Trap, Crap Trap, 0, 0. Nein, das ist keine Frau. Ich will nur gucken. Schwester Nina hat ein Auge auf dich geworfen. Das soll ich dir von ihr geben. Von Nina? Keine Ahnung, wie oft die mich schon zusammengeflickt hat. Ich hab immer gehofft und geträumt, aber ich hätte nie gedacht. Lass du ihn töten. Nimm so eine Waffe. Mal sehen, wie festliebe es auch ist. Hast du Säure? 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 Hast du Säure? Nein, ich hab Elektro. Ja, super. Ich hab auch Elektro. Ich hab kein Säure. Na, du stück Scheiße. Hast du Säure? Kann ich die kurz mal absorbieren? Please. Please. Lass sie gut gemacht, dann. Lass sie gut gemacht. Sorry, Nora. Nancy Lynn. Wow, wasごra Scheiße? Wow, okay, cool. Wie war das? Wtf? Was? Was haben wir heute gef Rot5? têm gelangt. Jetzt dürfen wir ihn für weitere Out Japan verursachen. Wie war das? Wtf? bei mir ist er hier ja so gut bei mir ist er da hin, er hat sich jetzt beruhigt bei mir auch, bei mir ist er Freestyle jetzt hier oben und er ist in einer sehr merkwürdigen Position